Hi und herzlich willkommen zu einem kleinen Mathe-Rätsel aus der Geometrie. Ich bin Magda und ihr seht hier neben mir ein kleines Dreieck, in das auf so clevere Art und Weise drei unterschiedlich große Quadrate einbeschrieben sind. Und eure Aufgabe ist es jetzt, nur mit diesen Informationen, die ihr hier seht, den Flächeninhalt von dem Dreieck zu berechnen. Und natürlich geht es hier um das große Dreieck, also um das, was ich hier grün umrandet habe. Wenn ihr Bock habt, es auszuprobieren, macht mal das Video auf Stopp und dann versucht mal wirklich den Flächeninhalt nur mit diesen Angaben hier auszurechnen. Ich zeige euch gleich, wie es geht, aber probiert es wirklich selber. Es macht mehr Spaß, wenn man diese Rätsel immer selber löst. Also macht das Video auf Stopp und probiert es mal aus. Ja, mal gucken, ob ihr die gleiche Lösung gefunden habt wie ich. Ich werde euch einmal zeigen, wie ich es gemacht habe. Meine Idee war erstmal, dass wir hier so eine Art Strahlensatz anwenden können, weil dadurch, dass diese Linien hier parallel zueinander sind, haben wir hier kleine Dreiecke, bei denen die Seitenverhältnisse jeweils gleich sein müssen. Und damit wir mit den Seitenverhältnissen arbeiten können, müssen wir uns erstmal die Seitenlängen überlegen, die wir hier eintragen können, aber eigentlich nicht so dramatisch. Das hier müssen 6 Längeneinheiten sein, das hier müssen auch 6 Längeneinheiten sein, damit wir auf das Quadrat von 36 kommen. Genauso müssen es hier 2 und 2 Längeneinheiten sein, um auf das Quadrat von 4 zu kommen. Und hier haben wir dann 3 und 3. Dementsprechend können wir über die Differenz gehen und sagen, naja, wenn das Ganze hier 6 Einheiten sind und das Kleine hier 2, dann muss für das Obere, also hier, 4 Einheiten übrig bleiben. Und ebenso haben wir hier 6 für das Ganze und hier 3 für das Kleine, dann wissen wir, okay, auch das hier muss 3 Längeneinheiten lang sein. Und dann kommen jetzt die Seitenverhältnisse ins Spiel. Wenn wir wissen, dass das hier 4 Längeneinheiten sind und das hier 2, dann wissen wir, dass diese beiden Seiten im Verhältnis 2 zu 1 zueinander stehen. Dementsprechend muss hier bei einer Seitenlänge von 2 unten eine Seitenlänge von 1 bleiben. Und genauso machen wir es auf der anderen Seite. Da haben wir ein gleichschenkliges Dreieck, weil wir beide Seitenlängen als 3 sehen. Und dann können wir hier auch sagen, naja, das muss dann dementsprechend auch gleichschenklig sein. Und dann bleibt hier eine Längeneinheit von 3 übrig. Damit habe ich jetzt schon mal die Grundseite von dem ganzen Ding, nämlich 3 plus 3 plus 6 plus 2 plus 1, also 15 Längeneinheiten. Und ihr wisst ja, für die Fläche vom Dreieck gilt immer 1 halb mal Grundseite mal Höhe. Das heißt, bei uns haben wir jetzt schon 1 halb mal 15 und uns fehlt nur noch die Höhe. Ja, und die Höhe, also hier diese rote Linie, die kriege ich jetzt mit einem Trick. Weil wir nämlich jetzt immer noch mit diesen Dreiecken arbeiten können, wissen wir ja, dass dieses Dreieck hier gleichschenklich sein muss. Wenn ich also sage, dass das hier x ist, müsste auch das hier oben x sein. Außerdem weiß ich aber, dass dieses Dreieck hier Seitenverhältnisse von 2 zu 1 hat. Wenn das hier also x ist, muss das hier 0,5x sein, wegen 4 zu 2 und 2 zu 1 bei den unteren Dreiecken. Ja, und daraus kann ich jetzt eine Gleichung machen. Weil ich ja weiß, dass hier eine Längeneinheit von 6 dran steht. Und wenn hier 0,5x und hier x ist, müssen die beiden zusammen eben 6 ergeben. Das heißt, meine Nebenrechnung, die ich jetzt hier machen muss, die sagt mir, dass 0,5x plus x 6 ergeben muss. Das heißt, ich weiß, 1,5x ist 6, dann teile ich durch 1,5 und dann weiß ich, dass x 4 ist. Und damit habe ich gleich alles gelöst, weil dann weiß ich, okay, hier muss 4 Längeneinheiten dran kommen. Dementsprechend sind es hier 2 Längeneinheiten. x ist dann auch hier oben 4 und dann habe ich die ganze Höhe, nämlich 4 plus 6, also 10. Und dann weiß ich, für die Fläche gilt 1,5 mal 15 mal 10. Und das ist dann 1,5 mal 150, also 75 Flächeneinheiten. Ja, und das ist die Fläche von dem Dreieck, die wir gesucht haben. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das hinbekommen habt, ob ihr vielleicht einen anderen Lösungsansatz gewählt habt. Ich bin neugierig, ob ihr es geschafft habt und wie ihr es geschafft habt. Und ja, wenn ihr Bock habt auf noch so eine Knobelaufgabe, schaut mal in dieses Video rein. Da habe ich so etwas Ähnliches gemacht, wo man aber ein bisschen komplizierter tüfteln muss. Und ja, vielleicht habt ihr auch Lust auf mehr Videos von mir, dann könnt ihr hier auf den kleinen Kreis klicken und den Kanal abonnieren. Würde mich freuen. Ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.